Servus Leute, hier und seid herzlich willkommen zur 8. Folge des Volta Story Mods. Ja meine lieben Freunde, in der letzten Folge sind wir dann auch in New York richtig angekommen und haben schon das erste Turnier gespielt. So, hier können wir nochmal sehen, wo wir derzeit sind. Wir sind zur Zeit in New York und ja, ich labere einfach mal nicht so lange drum rum und wir machen einfach mal weiter. Und zwar steht noch das Finale gegen Paris Saint-Germain an. Und ja, das spiele ich jetzt mal und dann schauen wir einfach mal, wie es ausgeht. So, und das waren dann die letzten Sekunden. Wir gewinnen mit 13 zu 6. Der Straßenfußballer, der Street King, der Sieger des New York Pro Street Turniers, Ravvy! Ist sicher ein super Gefühl. Ja, ja, fühlt sich okay an. Nein, wir sind die Größten, der Wahnsinn! Yeah, Rav! Oh, von Giltz! Von Giltz, sorry, ich hab dich nicht gehört. Wie war das? Oh, dir fällt nichts ein, ey! Gute Arbeit, ihr wart richtig gut. Aber, ruf Jay an. Ah, gut gemacht, Mann! Oh, danke, Mann! Hey, die Leute sehen dich schon bei der WM in Buenos Aires. Wenn du da siegst, werden sich viele Türen öffnen. Glaub mir. Oh, klar doch, na klar. Aber weißt du, uns steht noch viel Arbeit bevor. Jay ist wieder gesund. Sein Team wieder zusammen. Jetzt müssen wir nur noch hart arbeiten, planen und trainieren, Mann! Gut, mit der Mentalität schaffst du's auch zu den Profis. Oh, viel Glück, danke dir! Okay, so, dann geht's jetzt anscheinend weiter nach Buenos Aires zum nächsten Turnier. Oh, Gaiache! Siehst gut aus! Wo ist dein Kamerateam? Hey! Es sind fast alle da. Bereit fürs Training? Wie war New York? Echt super, hab dich vermisst. Tja, weißt du, ich steh da nur so mit meinem Koffer und wart aufs Taxi zum Flughafen. Dann krieg ich einen Text von Bär. Ich wäre ersetzt worden. Und während ich noch überlege, was das soll, krieg ich einen Anruf von... Von Giltz. Von Giltz. Ein echter Freund. Ich hätt's aber eh rausgefunden. Du plärst ja pausenlos auf deinem Channel rum. Ich lag Ed in den Ohren. Ich sagte ihm, ich wollte das Team aufbauen. Dieser Generation fehlt dir Respekt, Jay. Die meinen, sie posten ein paar Clips und dann gehört ihnen die Welt, die wir aufgebaut haben. Und ich hab ihm widersprochen! Warum? Weil ich wusste, dass du Talent hast. Ich glaube, dass... dieser ganze Online-Kram nur gute PR ist. Ich dachte, dir geht's um Fußball. Hey, mir geht's um Fußball. Du hast mich blamiert! Vor meinen Freunden, vor der Kamera. Wie soll ich denn darauf reagieren? Nein, nein, du verstehst das falsch, Jay. Dann klär mich auf, Ref! New York war ein spontanes Ding. Bär! Sie hat mir nie gesagt, wen ich ersetze. Meinst du, ich hätte das gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass ich dich ersetze? Ed hatte recht. Du hast null Respekt, Hocharbeiten kennst du nicht! Meinst du echt, du kennst mich? Mann, ich weiß, es geht immer nur um dich! Um mich? Wir sind um die Welt gereist, haben uns für dich angestrengt, für den Neuaufbau, für dich, Jay! Für dich! Und das glaubst du? Jay! Das Team ist da. Bereit fürs Training. Können wir... Lass uns das nachher klären, ja? Es ist schon geklärt. Viel Spaß im Buenos Aires. Jay! 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 Wo bist du denn hier? Hey, Jay! Du bist okay? Okay, anscheinend verlässt uns jetzt Jay und jetzt geht's auf nach Buenos Aires. Mal schauen, gegen wen wir da spielen. Hier steht auf jeden Fall was von ihm, von Jay. Ah, danke, Mann. Das nenn ich mal Beinfreiheit. Was? Ähm, war... War nur so ein Gedanke. Ja. Jay ist nur sauer. Wird schon wieder. Ah, jetzt ist eh zu spät. Was, wenn ich ein paar Legenden anrufe? Uns fehlt nur noch ein Spieler. Vielleicht sucht noch irgendjemand ein Team. Ich denke nur, wir... Wir haben's vermasselt. Ich war's. Wir sind auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Und die? Das ist dein Erfolg. Vermasseln sieht anders aus für mich. Okay, so, dann sind wir jetzt hier in Buenos Aires angekommen. Bei der Weltmeisterschaft anscheinend schon. Mal schauen, ob das schon das letzte Turnier ist. Mal schauen, ob das schon das letzte Turnier ist. Am besten zeigen wir der Welt, dass wir hier sind. Hey, wir wollen uns registrieren. Warte, warte, das muss ich dringend festhalten. Oder nicht? Ich genieße es gleich live. Stimmt was nicht. Jayzinho hat sich schon registriert. Hab'n neues Team. Jay? Was ist hier los? Tja, so läuft es halt im Leben, wenn man seine Ambitionen über die Loyalität stellt. Wir haben dein Team zusammengeführt, Jay. Na ja, kein Jay-Ten ohne Jayzinho. Was? Das ist doch alles Quatsch, Jay. Du hast alles weggenommen, was meins war. Aber nicht mein Name. Deine Subscriber sind doch kreativ. Ja, also hier hab' ich ja schon im Livestream mal ein bisschen was gemacht. Und zwar hab' ich hier Perny Army eingegeben und ich denk', das begehalten wir auch so. So, hier sieht's wohl nach einer Kabine oder so aus. Oder nach einer Umkleide halt. Ach du Scheiße, okay. Wir haben auf jeden Fall ein paar Spiele noch vor uns. Ich denke, ich werd' hier noch die zwei Spiele spielen. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Tja, Ref, wir haben's geschafft. Erst wenn wir gewonnen haben. Okay. Egal wo ihr herkommt. Egal wer ihr seid. Wir machen das. Zusammen. Genau hier. Genau jetzt. Und jetzt zeigen wir der Welt, wer die Besten sind. Ja! 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 Verlass' dich auf uns, Ref. Okay. Und los geht's! Jetzt let's go! Eins zu null. Und let's go! Zwei zu null. Nein! 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 Was? Jetzt schief! Let's go! Drei zu zwei. So, jetzt sind wir durch. Jetzt mach ihn! Vier zu zwei. Oh nein! Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und das war's. Wir stehen im 32. Finale. Hier irgendwie so. Okay, dann schauen wir hier nochmal ganz kurz in den Fähigkeitsbaum rein. Einmal verbessern wir das Sprint-Tempo. Und ja, dann machen wir noch Flair. So, das war's dann also von dem ersten Spiel in Buenos Aires. Und ja, das war's dann auch von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt's mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Seid auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge dabei. Das wird dann sehr wahrscheinlich die letzte Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Tschüss!